Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Ich war gestern mal am Feehafen. Ihr wisst ja, ich habe Mitte Februar, also bevor Bali geöffnet hat, ja mal einen Film über Feehafen gemacht. Jetzt mal ein kleines Update, wie das heute so ist, ob mehr Touristen da sind. Aber schaut selbst. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.